Kochen 3.1.2019 mit Fernsehkoch Selza Meck kennt sie YouTube Das Fleisch trocken tupfen und in feine Streifen schneiden Sojasauce, Reiswein, Zucker, Salz und Pfeffer verquirlen Das Fleisch darin mindestens 45 marinieren 2. Die Pilze mit kochendem Wasser übergießen und 20 einweichen Ingwer und Knoblauch schälen und fein haken Wirsing waschen, putzen und in ein bis 2 cm breite Streifen schneiden Möhren putzen, schälen und in Stifte schneiden Bohnensprossen in einem Sieb abbrausen und gut abtropfen lassen Bambussprossen abtropfen lassen Zwiebeln schälen Mit den Bambussprossen in Streifen schneiden Die Pilze abgießen und gut abtropfen lassen Die Stiele entfernen, die Hüte albieren Erst den Wok, dann 2 Esslöffel Öl darin erhitzen Das Fleisch abtropfen lassen, die Marinade auffangen Das Filet portionsweise im Wok braten Herausnehmen Knoblauch und Ingwer einstreuen und die Marinade angießen Zwei dünsten und herausnehmen Sauerkrautvariante für ein Sauerkraut So ersetzen Sie den Wirsing und die Möhren durch 1 rote Paprikaschote und 500 g frisches Sauerkraut Das Fleisch wie beschrieben braten Herausnehmen Paprika, Zwiebeln, Sprossen und Sauerkraut im Wok braten Brühe angießen Brühe angießen Untertitelung des ZDF, 2020